Bisher hatten wir immer eine jährliche Rechts- und Steuerrechtsveranstaltung abgehalten bei Heißerburg, aber jetzt nach Corona wollten wir das Ganze auf ein anderes Level bringen und haben dadurch die Partnerschaft mit Connection eingegangen. Unser Firmenname ist Connection und wir machen Connections, das heißt, wir bringen letztendlich Firmen zusammen. Das Thema ist ja hohen Tiefbau heute und ja, letztendlich geht es darum, den klassischen Mittelstand aus dem ländlichen Raum zu verbinden mit Startups aus ganz Deutschland, die heute hier zu Besuch sind. Wir hoffen auf gute Connections und vielleicht ergibt sich ja heute schon die ein oder andere Verbindung. Was ganz toll ist an diesem Event, dass die Beratungsgesellschaft einlädt, ihre Mandanten, die man auch gut kennt und wo man natürlich auch weiß, das ist genau passend und man hat natürlich durch den Branchenfokus sofort die gleiche Sprache im Raum. Und das ist schon, das gibt gleich eine ganz andere Energie und dadurch, dass es auch so kompakt und ausgewählt ist, hat es glaube ich auch nochmal eine entsprechende Besonderheit und Qualität und vielleicht auch Exklusivität für die Mandanten hier von Heißerburg. Wir denken, dass es gerade in der Baubranche auch möglich ist, durch gezielten Einsatz von neuen Ideen, Technologie, Dinge zu ersetzen, zu erweitern, anders zu denken und damit halt die Zukunft dieser Baubranche oder diesem Bauunternehmen, die wir eingeladen haben, vielleicht weiter zu helfen.